Ich dachte, heute ist es mal Zeit, ein Update-Video zum Thema Amazon Video Direct zu machen. Wie läuft es derzeit, welche Probleme habe ich gehabt und worauf solltest du achten? Mein größtes Problem war erstmal folgendes. Amazon ist ultra zickig, was Content angeht, das heißt, was Videomaterial angeht. Zum Beispiel passt ihnen die Framerate nicht. Zum Beispiel passt ihnen nicht so irgendwie bestimmte Sätze in meinen Captions, also in meinen Untertiteln. Oder zum Beispiel passt ihnen nicht, dass von meinen Videos manchmal zu wenig Motion drin ist, dass es zu wenig drin passiert, weil es natürlich auch ein Online-Videokurs ist, wo ich mal zum Beispiel eine PowerPoint drin habe. Das heißt, Amazon ist wirklich zickig, was all diese Dinge angeht. Und ich möchte jetzt mit dir mal einen Blick in meinen Account reinwerfen und ich möchte dir mal zeigen, was Amazon so alles denn für schrecklich empfand, beziehungsweise was sie verbessert haben wollten. Gehen wir einfach mal rein und schauen uns das Ganze an. Denn du siehst jetzt hier erstmal, du siehst nichts. Also hier unten habe ich jetzt mir noch ein bisschen mehr Mühe gegeben und habe hier mal ordentliche Bilder designt. Also wie gesagt, ich bin absolut gar kein Designer. Ich mache das alles wirklich alleine. Ich will auch nicht, dass ich da unten Designer einschalte. Ich will einfach mal gucken, wie viel ich machen kann, wie viel ich an Erfolgen erzielen kann, ohne selbst irgendein Geld investieren zu müssen. Hier zum Beispiel haben wir also nun das Bild, das ist die Größe 16x9. Und dann rechts daneben haben wir praktisch das Bild, das ist dann 4x3. Hier übrigens ist nicht erlaubt 3x4, was früher noch erlaubt war. Das kann vielleicht ein bisschen verwirrend sein. Für einige von euch nämlich öfter mal, wählt ihr dann Amazon Video Direct Produkte im Format 3x4 sehen. Aber eigentlich ist nur noch 4x3 erlaubt. Und dann wie gesagt, haben wir nochmal das Background Image, das einfach nochmal angezeigt wird, um das Ganze dann ein bisschen schöner zu machen auf der eigentlichen Sales Page. Aber jetzt kommt das wirklich Beste, nämlich das, was mich persönlich jetzt ein bisschen genervt hat. Und das ist, und was ich heute Abend noch verbessern muss, sind die eigentlichen Episoden. Du siehst nun hier, eigentlich sieht alles gut aus. Wir haben jetzt hier nicht besonders viel jetzt erstmal gesagt. Eigentlich steht hier gar nichts. Aber wenn ich jetzt auf Publish drücke und ich das Ganze nochmal publiziere, werde ich eine riesige Liste nochmal bekommen von Verbesserungen, die ich durchführen muss. Und das eine Problem, was ich hier auch sehe, ist, sie sagen dir praktisch an, was du verbessern musst. Aber du kannst zum Beispiel, wenn du es nicht verbessern kannst, die Episode nicht mehr löschen. Ich muss echt mal schauen, was man da jetzt genau machen kann. Ich kann mir sogar vorstellen, dass du das ganze Produkt nochmal löschen musst und dann nur die Videos hochlädst, die tatsächlich von Amazon angenommen werden. Und das wäre natürlich absolut unlogisch und dämlich. Deswegen muss ich mal schauen, ob es da nochmal irgendeinen Weg dran gibt, vorbeizukommen. Heute soll es wirklich nur ein ganz kurzes Update geben. Eigentlich ist alles gut gelaufen von diesen, was sind das, von diesen 37 Videos. Videos waren genau 10 anscheinend nicht gut genug. Das wären 27, also 27 Videos wären es dann insgesamt. Das würde eigentlich ganz okay sein. Ein anderes Produkt habe ich bereits veröffentlicht, nämlich zum Thema technische Analyse. Da wurden jetzt die ersten vier Stunden gestreamt. Ihr wisst, ich kriege ungefähr, ich glaube, 6 Cent pro Stunde. Dementsprechend habe ich jetzt schon ganze 24 Cent verdient. Oh mein Gott, ich bin reich. Nee, aber wie gesagt, ich muss mal schauen, wie stark sich das noch entwickeln kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel zusammenrechne, ich habe 400 Kurse. Nehmen wir an, ich würde jetzt pro Produkt vielleicht 2, 3 Euro im Monat verdienen und würde alle 400 Produkte hier hochladen. Dann würde ich natürlich vielleicht einen Tausender im Monat machen. Wäre ich damit zufrieden? Ja, absolut. Ein Tausender ist nie schlecht. Ich weiß bloß nicht, ob es dazu kommen wird, weil ich nicht für alle Produkte Untertitel habe. Ich muss also wie gesagt sehen, ob sich das Ganze für mich lohnt. Und vielleicht werde ich auch jemanden anheuern, der mir die Untertitel schreibt, weil das selbst zu tun, wäre mir einfach viel zu viel Arbeit. Ich habe bisher das Ganze, wie gesagt, mit YouTube gemacht, beziehungsweise mit Udemy. Und das ist eigentlich ganz in Ordnung gewesen. Die meisten Videos wurden hier tatsächlich auch von Amazon angenommen. Jetzt, wie gesagt, ist noch das große Problem. Was mache ich mit den Produkten, die noch keine Untertitel haben? Sollte ich die auch hier hochladen oder nicht? Kann ich die Untertitel irgendwie generieren? Ob über YouTube oder eine eigentliche Person, die ich anstellen muss. Das, wie gesagt, wird jetzt noch die große Challenge sein. Was ich persönlich jetzt erstmal tun werde, ist, ich werde weiter uploaden, 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 uploaden und muss auf jeden Fall einen Weg finden, wie ich an diesem Löschen vorbeikomme, beziehungsweise wie ich diese einzelnen Lektionen löschen kann, ohne das ganze Produkt löschen zu müssen. Dazu werde ich auf jeden Fall nochmal ein Update machen. Sonst, wie gesagt, Amazon Video Direct, grobe Einschätzung. Lohnt sich das Ganze? Ich persönlich würde jetzt erstmal sagen, nein, es lohnt sich überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht ist vielleicht falsch. Es lohnt sich nicht besonders, wenn du nicht viele Produkte hast oder nicht ein Produkt hast, das sehr, sehr oft geschaut wird. Nämlich, ich habe dir gesagt, ich verdiene jetzt, glaube ich, irgendwie 24 Cent bisher. Sicherlich wird das noch mehr werden. Und ich werde vielleicht mit den einzelnen Produkten vielleicht 2, 3, 5 Euro im Mord verdienen. 50 Euro im Jahr mit einem Produkt, das ich schon mal erstellt habe und das ich einfach nur auf eine andere Plattform drauf packe. Lohnt sich das? Klar lohnt sich das. 50 Euro ist nie schlecht, aber wenn ich jetzt nur Produkte für Amazon Video Direct erstellen würde, würde ich persönlich denken, dass es sich nicht lohnt, weil ich die ganzen Untertitel erstellen muss und so weiter und so fort. Was genau ist denn also nun mein Fazit? Mein Fazit ist, wenn du bereits viele Produkte hast oder gute Produkte hast, die sicherlich von vielen Leuten geschaut werden, dann lade sie auf jeden Fall bei Amazon Video Direct hoch. Es ist auf jeden Fall nochmal eine weitere Einnahmequelle. Wenn du nicht viele Produkte hast, die du hier hochladen kannst und für diese Produkte hast du auch noch keine Untertitel, dann würde ich es vielleicht lassen. Aber gut, das war jetzt erstmal die erste Einschätzung. Wir sind jetzt bei meiner Challenge praktisch bei der Halbzeit. Wenn du persönlich noch Teil meiner Challenge werden möchtest, kannst du das jederzeit tun. Du gehst einfach auf Facebook und gibst dann hier oben ein Passives Einkommen Challenge. Dort haben wir, wie gesagt, unsere offizielle Facebook-Gruppe. Wenn du Teil von dieser Facebook-Gruppe werden möchtest, würde mich das sehr freuen. Gehen wir es nochmal schnell ein. Passives Einkommen Challenge 2018. Hier ist, wie gesagt, die Gruppe. Derzeit sind wir noch sehr klein, 35 Mitglieder. Hier, wie gesagt, poste ich jeden Tag Updates zu diesem Thema, zum Thema passives Einkommen. Du hast hier auch Zugriff auf exklusive Videos, auf Umfragen und so weiter und so fort. Dementsprechend würde mich echt freuen, wenn du dabei bist. Wie immer, der Link zu dieser Gruppe ist in der Videobeschreibung und natürlich auch, wie immer, meine Kontaktdaten. Aber gut, das war es jetzt erstmal für dieses Update. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei diesem Tutorial dabei wart. Und wir sehen uns morgen wieder.